Äh, klingt das hier mit der Kohl? Wir wollen was! Wir wollen was! Oh, 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 oh ... Oh, 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 oh ... We're back! Oh, come on! Oh, come on! Wo sind die Kohlen? Also, sie beide sind ja lebende Beweis für das Unfassbare. Okay, aber was ist mit der Kohlen? Ja, richtig. Habe ich richtig verstanden. Eine Million Dollar. Ja? Ich bin Freigänger im Knast, weil ich einem Typen einen Knoten in der Wirbelsäule verpasst habe, weil er mich um halben Dollar beschissen hat. Ich gebe es ihm jetzt. Jetzt schon überreichen. Also schön, bitte, hier ist es.